In der morgigen Landtagssitzung werden wir viele wichtige Themen behandeln. In der aktuellen Stunde geht es um das Thema Kinderbetreuung. Familien entlasten, Kinderbetreuung ausbauen wird hier behandelt und wir werden natürlich auch über den geplanten Gratis-Kindergarten sprechen. In zwei dringlichen Anfragen werden die Themen förderbarer Wohnbau und die Kinderbetreuung von unter Dreijährigen behandelt. In den dringlichen Anfragen sprechen wir unter anderem über OP-Wartezeiten und in acht mündlichen Anfragen werden viele wichtige Dinge beantwortet. Wir freuen uns, wenn Sie im Livestream dabei sind. Sie können jederzeit zuschalten unter Land Salzburg Livestream.